So, das ist unsere erste Quest. Wir haben allerdings bis jetzt nur zwei Pakete mit vergiftetem Proviant. Wir können natürlich jetzt nach Nordwacht gehen oder hier was aus diesen Büschen holen, weil da sind überall hier vergiftete Sachen drin. Hier ist auch noch ein Kampf. Na gut, dann machen wir den Kampf und holen uns dann das Gift aus den Büschen. Deshalb habe ich das hier auch nicht weggenommen in Kapitel 1, 2 oder 3. Ah, sehr verdächtig. Da sehe ich was. Ein Kobold. Gut, haben wir irgendwas, was uns helfen könnte? Eintracht. Ermöglicht dem Benutzer Morredale zu lesen. Oh, okay. Ja gut, das brauchen wir dann für die Truhen tatsächlich, weil sonst hatten wir immer Gaurav dabei, wenn es um sowas ging. Aber jetzt haben wir keinen Gaurav dabei. Das heißt, wir brauchen diesen Zauberspruch. Ich hab's Augen. Okay, das ist nicht so wichtig. Sarek Spürsinn auch nicht. So, wir haben eine Fackel anmachen. Ich mache mal eine Fackel an. Und dann gehen wir in den Nahkampf. Ihr Angriff war nicht erwartet worden. Sehr gut. Das heißt, wir haben die erste Runde. Und wir haben auch keinen Zauberer. Okay. James, geh du mal dahin, damit Patrus nicht gleich weggeprügelt wird. Und mit Nabta verbrutzeln wir die Gegner. Wow. Und das geht ganz gut. Aber wir werden auch verbrutzelt mit Nabta. Oder mit flammenden Waffen. Eins von beiden wird's ja sein. So, und Patrus. Du erledigst oder hältst mal diesen Mordel da auf. So, der ist beiseite. Der dürfte auch beiseite sein. Ein Hoch auf Nabta an dieser Stelle mal wieder. So, der dürfte auch weg sein. Und Locky wird den Todesstoß ausführen gegen den letzten Koboldverteidiger. Und damit ist der Kampf gewohnen. Es gibt nur einfache Rüstungen. Ein Armbrust, ein vergiftetes Breitschwert und vergiftete Bolzen. Na, da wollten sie wieder zu lang. Außerdem Kilians Wurzelöl. Hier ist wieder so eine brennende Klinge. Das ist natürlich wieder wunderschön mit anzusehen. Alles brutzelt. Aber wir schmieren das überall mal so drauf. 20.000 Dukaten. Außerdem haben wir hier Drachenstein. Das kann auch nochmal auf die Rüstung drauf. Oh, ich hab das andere überschrieben. Na gut, Drachenstein drauf tun ist immer besser. Gegen Steelfire. Denn hier, dieser hat auch Steelfire dabei. Oder auf seiner Klinge drauf geschmiert. Außerdem eine Elbenrüstung. Und der hier rechts außen hatte vergifteten Proviant. Also gut, müssen wir nicht mal aus den Büschen holen. Wir können das einfach hier wegholen. Und eine Zorani-Armbrust. Außerdem vergiftete Bolzen. Aber die lasse ich hier liegen. Und, ähm, ja. Wo sind die Büsche? Wahrscheinlich den Weg runter. Also einen Busch sehe ich hier. Vergiftet. Vergiftet. Und. Vergiftet. Also man hat definitiv genug Möglichkeiten hier vergiftetes Zeug aufzusammeln. Sollte ich bloß nicht miteinander verwechseln hier. Okay, das vergiftet 14 Stück und nochmal 5 vergiftet. Okay, wir haben auf jeden Fall genug vergiftetes Zeug. Man braucht wirklich nur 3 Stück. Es gibt 3 Truhen und in jedem muss ein Paket mindestens mit Vergiftung. Was ist das hier für ein Müllbeul? Ist nichts mehr drin. Aber den haben wir irgendwann mal hier liegen lassen. Vor Urzeiten. Aber ist nichts mehr drin. Und ein Hinterhalt bahnt sich an. Und James hat ihn entdeckt. Ein Hoch auf James an dieser Stelle. Er sah es nicht kommen. James fluchte wütend und frustriert, als ein Moradale-Krieger sie angriff. Wir werden überfallen, rief er. Und zwei Hexen sind dabei. Uh. James, renn los. Schau uns die Hexe vom Hals. Autsch. Äh. Lock dir, bewegt dich da hin. Patrus, verteidige dich. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Aber ich glaube, er ist vergiftet worden. Mist. Darum muss Locky ihm zu Hilfe eilen. Definitiv zu Hilfe eilen. Okay, das ging gut. Was ist denn mit dem da hinten? Das geht dir gar nicht. Der will weglaufen. Das wird James nicht zulassen, alias Jimmy DeHunt. Also, wie er diesen hier nicht entkommen lassen wird. Aber natürlich... Oh. James Nahkamp verbessert sich. Patrus brennt wieder. Also, seine Vergiftung ist wieder auf 100%. Aber bevor wir jetzt eh nicht lange hier das mit den Kräuterbeuteln machen, nehmt er einfach mal eine kurze Pille. Und dann ist er wieder fit. Zumindest, was seinen Vergiftungsstatus anbelangt. Die sind ein Proviant dabei. Es sind aber auch gute Proviant-Bolzen oder Pakete dabei. Bolzen. Wenn ich die Bolzen... Außerdem noch ein paar Helltränke. Für die meiste Patrus gar keinen Platz mehr hat. Also muss Jimmy DeHunt daran. Muss ein bisschen abseits des Pfades gehen. Damit ich die anderen erreiche. Verdorbener Proviant. Nein, nein, nein. Außerdem eine leichte Surania-Armbust. Aus zum Verkaufen. Die Hexe hatte 34 Dukaten dabei. Außerdem ein paar Kräuterbeutel. Wie es sich für eine Hexe gehört, würde ich sagen. Schwere Surania-Armbust. Und ja, vergiftete Bolzen mal wieder. 50 Dukaten hatte diese Hexe dabei. Außerdem einen Schmiedehammer. Und eine Ladung. Ja, und jetzt geht es eigentlich hier wieder zurück nach Kenting Höhe. Aber mal sehen, was... Was passiert. Wir vergeuden Zeit. Alles, was so weit südlich geschieht, hat keinen bedeutenden Einfluss auf die Schlacht bei Nordwacht. Wir müssen umkehren. Ja. Wir können nicht nach Kenting Höhe. Wir können dort nicht in den Tempel rein. Wir können nichts machen. Zum Beispiel in den Tempel gehen oder überhaupt was anderes. Wir müssen jetzt hier in dem Gebiet bleiben. Und hier ist wieder Herzog Martin. Eigentlich ich nun nein. Als ich euch zuerst sah, kam mir in den Sinn, euch etwas zu fragen. Aber was ist auch wahr, es ist mir völlig entfallen. Würde es euch stören, wenn ich wieder käme und euch später danach frage? Wir haben woanders noch einiges zu erledigen. Das geht. Ich selbst habe auch ein paar Dinge, um die ich mich kümmern muss. Ihr seid sehr großzügig. Hab Dank und lebt wohl. Tja. Dem ist voll eingeschüchtert. Er hat nämlich keine Fragen, die er stellen könnte. Das ist für ihn dann sehr verstörend anscheinend. Ich weiß gar nicht, warum er Herzog Martin aufgesucht hat. Herzog Martin. Aber ich schon, wir gehen in den Laden. Völkern da. Uh, für 63 Dukaten das Teil hier. Die Armbrust für 95. Diese flammende Klinge für 49. Das ist für 57. Die Muschel für zwei Talab. Schwere Zoranian-Boss für 88. Die leichte für 63. Außerdem werden wir nochmal unsere Rüstung reparieren. Auch die von Lockley ist reparabel. Und die Klingen müssen gewetzt werden. Dann sieht es wieder gut aus. Hat James was gelernt? Nein. Nur im Nahkampf. Warum ist Locky vergiftet? Oh, er ist auch vergiftet worden. Ich habe es gar nicht gemerkt. Nimm lieber hier so eine Pille. Bevor deine Vergiftung noch weiter schlimmer wird. Was hat er denn jetzt hier? Okay, war kurz davor, Gesundheit zu verlieren. Aber das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Ich dachte nur, Patros wäre vergiftet worden. Aber so schnell kann es dann gehen. Und jetzt haben wir noch Koltari-Gift. Damit können wir natürlich auch noch was vergiften. Patros kann was vergiften. Ich mache das einfach mal, weil es gerade günstig ist. Oder weil ich es mir leisten kann. Aber ich will auch hier Waffenverstärkung haben. Weil die sind ziemlich praktisch. Locky feilsch mal ein bisschen. Ist teuer, ist sehr teuer. Aber es sind jetzt hier 16 Mal, die ich das einsetzen kann. Und das macht auch guten Schaden. Es ist nicht so, dass es nutzlos ist. Und es sind sogar 8 Ladungen drin. Und nicht bloß eine, wie bei den anderen Gegenständen hier. Okay, gehen wir zurück. Ich habe jetzt genug Gift. Und wir suchen diese drei Mordeltruhen. Die befinden sich hier ganz in der Nähe von Mardin. Und zwar... Also hier ist ja der Mardin irgendwo. Hier ist der Mardin. Die Dinge stehen gar nicht gut. Ich halte seit kurzem Berichte von einem unserer Spieger. Und so wie es sich anhört, wird dies keine einfache Belagerung. So, was bitte ich dazu, mich aufzusuchen? Äh, ich nun nein. Achso, ich nun nein. Ich nun nein. So, und dann... Hier gehen wir jetzt hier in den Westen. An diesem Hügel vorbei. Und da sehen wir so drei Truhen. Allerdings gibt es auch eine Falle hier. An denen unsere drei... Heldinnen. Zumindest zwei davon würde ich Helden nennen. Den anderen würde ich eine Schlafmütze nennen. Äh... Zu die dann gehören. Ja, die Frage ist... Wie sieht's hier aus? Ups. Ein bisschen mehr Sichtfeld hier. Wenn wir jetzt... Ähm... Achso, ja. Ich schiebe das hier diagonal. Dann feuert das Ding auf den grünen rechten Pol. Dann wird der ausgeschaltet. Und bietet dann gleichzeitig Schutz... Für James, der dann zu der Truhe durchlaufen kann. Weil das wird ja... Ist ja eine Blockade. Und dann sind wir raus. Ja, das war die Falle. Nicht die große Rede wert. Aber auf jeden Fall sind hier Truhen. Und wir werden ja ein bisschen was vergiften. Ja, ein Proviant wird hier... Ein paar Toms mal vergiften. Und es passiert gar kein Text. Ich dachte, da passiert eben ein cooler Text oder sowas. Nach dem Motto, ihr habt das Gift eingesetzt. Und ja. Vielleicht können wir das Gift einfach mit dazulegen. So, dass die voll misstrauisch werden müssten eigentlich. Aber wahrscheinlich werden sie es da nicht. Aber das will ich auf jeden Fall ausprobieren. So nach dem Motto... Hm, da sind Rationen unternehmen. Ist so ein Koltari-Gift. Könnte das ein Hinweis dafür sein, dass es vergiftet worden ist? Ach nein, die Erdbeertörtchen sind noch frisch. Isst die, Mann. Hier, du Kobold. Hier, du Ogre. Isst alle die Erdbeertörtchen. Und dann sind alle vergiftet. Ja! Was für ein wunderschönes... Äh... Muster. Auf jeden Fall sieht man hier auch, wie die... Äh... Das hier ist zumindest schon... Die, ähm... Das ist ein Unterschied zwischen diesen Proviant-Paketen besteht und diesen hier. Weil diese hier... Anders gestapelt sind hier mit der 6. Und danach beginnt dann ein höherer Wert von einem anderen Stapel. Sozusagen. Also die werden von unten nach oben durchgezählt. Sodass man sieht, das ist anders als das hier. Und das sind halt dann die vergifteten. Bis hier hin. Und danach kommen dann die normalen. Wobei das könnte sonst auch verdorben sein hier. Genauso wie das hier. Wenn das gerade die Grenze von 14 wäre. Aber gut. Das ist ja wieder hier... Äh... Fummelitis. Wie ich es manchmal nenne. Inventarfummelitis. Wir müssen erstmal hier diese... Ähm... Runen überfliegen. Ihr Text war die einzige Möglichkeit, das schwierige Wortschloss zu öffnen. Aber Patrus kann das hier nicht öffnen. Weil er tatsächlich, anders als Gaurav, das nicht einfach auflöst für uns. Dieses Alphabet, was hier steht. Diesen Form, diese Schriftart. Er kann es nicht lesen, sofern wir nicht den Zauber gesprochen haben, natürlich. Ähm... Jetzt könnte man natürlich dann rausfinden, was die Lösung ist. Und manche sagen, dass man weiß, wie oft man jetzt auf diese einzelnen Dinger hier klicken muss. Oder man lernt natürlich dieses ganze Alphabet und weiß, welcher Buchstabe welcher deutschen Entsprechung entspricht. Und so, dass man dann quasi das Alphabet auswendig lernt, das Moradal-Alphabet. Aber das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Zumal es ja extra diesen Zauberspruch dafür gibt, für diese Sache. Oder es würde ein bisschen länger dauern, sag ich mal. So. Oh, es könnte Patrus umbringen. Das Wissen könnte ihn umbringen. Wir müssen rasten. Ah, ist aber noch nicht wieder fit. Proviant haben wir genug. Warten wir, bis er fit ist. Und wagen uns da noch mal ran. Ähm... Natürlich muss ich den Spruch erst sprechen. Eintracht. Patrus spürte, wie sich seine Gedanken veränderten. Es war, als ob sein Kopf sich plötzlich um sich selbst drehe. Und als ob seine Gedanken sich bemühten, wieder Ordnung in das Chaos zu bringen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Schließlich formten sich Bilder. Dann Wörter und Buchstaben. Doch dies waren nicht die Gedanken, an die er gewöhnt war. Es waren die der Moradale. Ja, gut. Nutzen wir das schnell aus. Das wird wahrscheinlich nicht lange anhalten. Hier war es dann doch von 15 Minuten. Seine Freunde haben Geschmack, seine Feinde nicht. Wegen ihm wird manche Träne vergossen, doch hat es noch nie ein Herz gebrochen. Seine Freunde haben Geschmack, seine Feinde nicht. Wegen ihm wird manche Träne vergossen, doch hat es noch nie ein Herz gebrochen. Also wegen was vergisst man Tränen? Wegen Zwiebeln vielleicht. Äh, Zwie... Zwiebeln. Ja. Es ist deine Zwiebel. Ja. Aber wieso haben seine Freunde Geschmack und seine Feinde nicht? Soll das einfach bedeuten, dass jeder, der Zwiebeln nicht mag, keinen Geschmack hat? Das ist doch ein bisschen arg wertend, oder? Ich meine, ich mag... Ich selber liebe Zwiebeln, aber... Äh... Nur weil andere das nicht mögen, haben sie doch keinen Geschmack. Sie haben nur einen anderen Geschmack. Okay, ja. So, hier sind 14 Rationen, Proviant. Ähm... Das ist die Frage, ob das reicht, wenn ich einfach nur ein Ding dazu packe, oder sechs. Oder nochmal das Gift dazu packe, ob das ausreicht. So. Ja, dann lege ich das dazu. Äh, brauche ich selber Proviant. Oh, außerdem sind 30 Tage vergangen, sodass... Ui, Patros auch mal ein bisschen aufgestiegen ist jetzt. Aber auch die anderen natürlich. Das war die Zwiebel. Haben wir genug Proviant sonst? Ich glaube schon. Jetzt hätte ich jetzt auch was von denen mitnehmen können, tatsächlich. So. Bleibt es immer kalt. Man muss verhungern bald. Äh... Der Herd, der Ofen. Ähm... Das Feuer. Der Kochtopf. Die Küche. Ja, die Küche. Okay. Wobei die Küche an sich ja nicht heiß ist, ist es mehr der Ofen. Oder der Herd oder so. Oder die Feuerstelle. Ah, acht Heiltränke. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Seile bleiben hier. Und da muss ich eben auch hier dieses... Gift in zwei Pakete aufteilen. Das ist ein Zehner-Paket. Patos hier noch ein Vierer-Paket. Bitte nicht essen, alter Mann. So, da haben die hier Gift auch drin. Und... Da haben wir eine Truhe. Es lebt nicht im Haus und lebt auch nicht draußen. Man benutzt es beim Hereingehen und beim Auf Wiedersehen. Äh, eine Tür. 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 Das waren jetzt ja recht einfache Rätsel. Und auch wieder mit gutem Proviant. Von dem können wir eine Packung mitnehmen. Teilen sie nochmal gerecht auf. Und packen dann die anderen vier wieder zurück. So, dann sind in jedem auf jeden Fall hier vergiftete Teile. Okay, die nehme ich auch noch mit. Dann müssen sie halt nur vergiftetes essen. Dann sollten eigentlich überall vergiftete drin sein. Und sollte eigentlich der Trigger gewirkt haben. Und dann sollten wir die erste Aufgabe von Mr. Martin erledigt haben. Mal gucken, ob er zufrieden ist. Er taucht zumindest nicht auf. Aber das kann auch andere Gründe haben. Ja. Äh, Gift. Ja, okay. Wir haben es anscheinend geschafft. Sonst wäre das ja nicht aufgetaucht jetzt. Wir haben den Proviant in allen Mordeltruhen, die wir finden konnten, vergiftet. Und es war wunderschön, dass sie alle drei auf einem Haufen standen und wir nicht irgendwie hier und dort suchen mussten. Es gab nicht sehr viele von ihnen. Drei Stück. Ihr habt vermutlich die meisten von ihnen gefunden. Ich würde mich also nicht weiter darum sorgen. Ich habe noch etwas für euch zu tun. Der Baron beschäftigte hier in Nordwacht einen Barden namens Temne, den wir alle kennen und lieben. Als die Nachricht uns erreichte, dass die Moradale sich auf dem Weg von Raglam zum Nordwachtpass befanden, sammelte Temne seine Sachen zusammen und verschwand mitten in der Nacht. Der Baron bestand darauf, dass er hierher zurückgebracht wird. Der Baron hat uns gegenüber diesen Temne schon erwähnt. Aber warum ist es ihm so wichtig, ihn zurückzuholen? Sicherlich fühlt er sich hintergangen, aber wenn die Moral so schlecht ist... Der Baron ließ uns vor kurzem wissen, dass sie heute Morgen einen Nachtfalken innerhalb der Burg entdeckt hätten und dass es Hinweise darauf gebe, dass es noch mehr seien. Natürlich sprach sich das schnell herum und die Männer sind besorgt. Es hilft aber nicht, dass Temne nie den Treueeid schwor. Und es ist möglich, dass er mit den Nachtfalken in Verbindung steht. Ich verstehe. Also, wollen sie ihn nicht wegen seiner Musik wiederhaben, sondern einfach nur, um die Leute zu beruhigen, dass er kein Verräter ist? Findet ihn und bringt ihn zurück nach Nordwacht, wenn ihr ihn könnt, aber lasst ihn nicht merken, dass er ihn verdächtigt. Er könnte flüchten. Einer von Gabbels Aufklärern berichtete mir, dass sich Kobolde im Norden herumtreiben. Darum also schnell... Kommt also schnell zurück, wenn ihr die Aufgabe erfüllt habt. An denen kommen wir sowieso erstmal nicht vorbei. Ihr braucht vielleicht... Ich brauche vielleicht eure Hilfe. Ja. Nun, das beantwortet wenigstens einige unserer Fragen. Nur, dass ihr vorsichtig sein müsst. Ja, okay. Okay, dann haben wir jetzt hier die Aufgabe, die erste für Duke Martin erledigt. Die mit dem Gift. Und da bin ich ganz froh drüber, weil ich bin kein Freund davon, hier mit dem Giftproviant rumzurennen. Irgendwie habe ich immer ein ungutes Gefühl dabei. So nach dem Motto, irgendwann werden sie es essen und dann ist alles hinüber. Aber das passiert hier nur, wenn ich keinen Proviant mehr habe. Aber trotzdem. Dann denkt man vielleicht, man hat noch genug Proviant. Aber dann ist es tatsächlich der vergiftete Proviant, der einem ja auch als Proviant angezeigt wird. Als guter Proviant. Und das ist natürlich dann überhaupt nicht der Fall. Dann würde hier, wenn ich 10 vergiftete Proviants hätte, würde ich dann hier 10 lesen und denken, ich hätte noch... Das wäre noch super. Aber tatsächlich ist es überhaupt nicht super, weil es nämlich alles vergiftet ist. Und deshalb würde ich dann hier Vergiftung erleiden und schnell sterben. Okay, suchen wir Tamney. Und wir haben tatsächlich einen Hinterall entdeckt. Oder James hat einen Hinterall entdeckt. Dadurch hat sich seine Kundschaftenfertigkeit wieder mal verbessert. Ja, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Oder ich will das auch, diesen Kampf hier zu provozieren. Und es sind drei Hexen. Das würde ich fast einen Supergau nennen. Okay, ich werde erstmal zu der da hingehen, damit die nicht zaubern kann. So, die andere hat sich gleich zu... James bewegt. Dann kann Lockley sich zu der Hexe bewegen. Und dank Vereisung sind sie auch schnell erledigt. So, Patrus, du hältst dir jetzt hier diesen hier vom Hals. James, du erledigst die Hexe da. Ah, guck mal, da hat er auch einen Eiszauber drauf. Okay, die drei Hexen sind beseitigt. Dann kann Patrus auch noch ein bisschen draufhauen, wenn er lustig ist. Ah, da will einer flüchten. Aber Patrus ist so schlecht im Nahkampf, der ist sogar schlechter als Owen. Er sieht nicht mehr so gut. Und halt daneben. Okay. Aber wenigstens hat die Vereisung gut geholfen. Ein Hoch auf Alterfane an dieser Stelle mal wieder. Auf den Meister der Eisverzauberung. Die nicht nur für Feinde gelten, sondern auch für uns. Ein Kobold mit Heiltränken und vergifteten oder vergiftgeschützten Rüstungen. 31 Dukaten. Fünfmal Schmiede haben wir. Noch mehr Heiltränke. Ein Kobold Degen. Was hatten die Hexen dabei? Ein bisschen Dalletail-Milch. Ist vielleicht was für Patrus. Dazu noch ein paar Fackeln. 18 Dukaten hatte diese Hexe dabei. Und was ist mit dieser hier? Die habe ich wohl schon geplündert, aber nicht ihren Kerl, der davor liegt. Oder doch? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, das waren sie alle. Okay. Das war doch... Das ging doch ganz gut. Oh, das ist gar nicht der Kampf. Das war einer, den wir schon mal hatten. Oder? Ne, hatten wir noch nicht. Dieser hier war es. Okay. Okay, die Hexen sind sogar total harmlos tatsächlich, denn sie beherrschen überhaupt keine Zaubersprüche. Aus irgendeinem Grund sind das wohl die Azubi-Hexen gewesen oder was auch immer. Das heißt, die einzige Gefahr ging von den Kobolden aus. Ich dachte schon, drei Hexen ist ein bisschen heftig. Und ich habe mich schon gewundert, dass die eine Hexe sich im Nahkampf auf uns zubewegt hat. Aber ganz ehrlich, sie hatte wohl gar keine andere Wahl, weil sie eben gar nicht zaubern konnte und gar keine Waffen hat. Da wollte sie wohl im Nahkampf kämpfen oder sowas. Okay, dann gehen wir mal weiter. Nach Süden. Richtung Diviner's Hall. Und dann kam auf den Zehen und da hinten sehe ich schon Ogerwächter. Die beschließen den Angriff. Und da ist Diviner's Hall. Da sind neue Kämpfe entstanden jetzt im fünften Kapitel, aber ich werde da noch nicht reingehen. Der Feind schreckt hier zurück. Sehr gut. Dann ist noch eine Hexe dabei. Die muss als erstes ausgeschaltet werden. Und Lockleer sollte vielleicht seine Waffen verzaubern. Oh, das ist ganz praktisch hier. Außerdem ist, glaube ich, Suche nach dem Bösen sehr gut. Das wird, hat auch so ein bisschen Lebensenergie kosten, aber das ist wohl Wert gegen Oger. Wenn ich mich recht entsinne. 120. Ja, genau. Es ist sehr gut. Ah, seht ihr? Er hat einen komplett ausgeschaltet. So, dass der Rest noch hier einen leichten Stupser braucht, um sie alle zu besiegen. Das hat Pathos jetzt zwar Lebensenergie gekostet, aber das war es wert. Das ging nämlich wesentlich schneller jetzt alles. Äh, gesegnete Klinge. Fünf Fackeln. Äh, vergiftetes Breitschwert. Vergiftetes Breitschwert. Haben wir das alle dabei heutzutage. Scheint mir so. Ne, dieser nicht. Potion Noxum. Ohoho. Kann Pathos von mir das kriegen. Er ist ja kein Pulver für den Nahkampf. Dann kann er das nehmen. Dann laufen die Gegner zwar weg, aber... Wollen wir nicht. Noch eine vergiftete Klinge. Und die Hex hatte dabei das olle Lutensdrunk-Zauberverstärkungsgebräu. Wir vereisen unsere Klingen noch einmal. Reparieren unsere angeschlagenen Rüstungen. Sofern sie angeschlagen sind. Und wetzen unsere Klingen nochmal frisch. Rüstungskunde von James ist immer noch nicht weiter gestiegen. Ne, ne, ne. Okay. Aber wenigstens, ähm... Haben wir die... Diesen Kampf gut überstanden. Und Pathos darf sich dafür ein bisschen heilen als alter Mann. Wir müssen da ein bisschen mehr auf ihn achtgeben. So. Nach Divinos Hall könnten wir jetzt hingehen. Aber da will ich jetzt noch nicht wieder hin. Ich will lieber erstmal noch wieder zu Thea, äh... Halbtor. Die einzige Halbtorschwester, die wir überhaupt noch besuchen können in diesem Spiel. Die anderen sind ja alle in dem Gebiet um, äh... Ja. Wolfram, Altwinkel und, äh... Äh... Hohe Burg. Da kommen wir jetzt ja nicht mehr hin. Das ist ja für uns gesperrt, dieses Gebiet für den Rest des Spiels. Kommt herein, kommt herein, sagte sie herzlich. Ich hoffe, sie weiß, dass hier irgendwo bald Krieg herrscht. Ich habe ihn mir geangelt. Und, ähm... Ja. Das war's. Im Grunde sagt sie nichts anderes, als was sie nicht auch schon in Kapitel 3 gesagt hat. Oder nachdem wir eben hier die Armbrust oder eher ein bisschen Waffenkunde beigebracht haben. Wofür wir ja dann eine mittlere Armbrust bekommen haben. Als Belohnung. So, gab es hier sonst noch was? Abgesehen von den Büschen hier und dem Zeug hier. Ne, eigentlich nicht, wa? Da ist Thea. Und, äh... Dann geht's runter nach Denkern, was auch schon die Grenze wieder ist. Also weiter kommen wir nicht. Aber da wollte ich ja unbedingt hin. Weil da befindet sich Haut des Drachen. Hoffentlich. Ich hoffe, das hat geklappt. So. Das ist Theas Haus. Gehen weiter. Und da sind Gegner. Gut, wir beschließen den Angriff. Und der Feind war nicht überrascht. Schlecht. Schlecht, weil zwei Hexen da sind. Und ich glaube, die können zaubern. Und Patris ist schon mal deaktiviert. Zum Glück ist James schneller als die Hexen. Zumindest kann er eine davon... Ah, die geht auch in Nahkampf. Das ist mir ganz lieb. Ich erwarte nicht, dass Patris irgendwas trifft. Wir werden ziemlich häufig vergiftet, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte ich doch mal hier meine Anti-Gift-Kampagne hier deaktivieren und das mal einsetzen. Aber nein, ich nehme mir lieber Altafanes Vereisung. Weil die... Ist ja magisch. Und ich setze kein Gift ein. Vor allem nicht von irgendeiner komischen Silberspinne. Das würde vielleicht zu Jimmy die Hand passen, aber es passt nicht zu Ritter Locklear. Außerdem ist das ein Gegenstand, der zur Ermordung der Männer von Bastyra in Romney verwendet wurde. Und das werde ich nicht tolerieren. Ah, Patris, ja, okay. Seine Werte sind so schlecht tatsächlich. Schau dir das an, alles ist so blau. Also ich denke, dass er schon kurz vorm Sterben ist. Aber tatsächlich geht es ihm sehr gut. Man sieht es nur nicht, weil er eben so schlecht ist in allen Werten. Vergleich das mal hier mit Locklear oder James-Werten auch. Die sind alle voll hochgepusht. Und leider habe ich für Patrus nicht mehr die Möglichkeiten, ihn irgendwie durch Boni besonders weit hoch zu hieven. Er ist halt zu spät dazugekommen, sag ich mal. Ah, okay, das sind auch bloß noch gesegnete Pup-Waffen. Ein Proviant-Paket. Auch wirklich nur eins. Ein Bauern-Schlüssel. Ich sammle die. Ein weiteres Flammenschwert. Eine schwere Zuranian-Bus. Vergiftete Bolzen natürlich. Da sind sie abgeblieben. Ah, die Hexe haben wir schon betrachtet. Die Seite Kräuterbeul dabei. Okay, sag ich da. Dann Kräuterbeul. Okay. Das waren sie alle. Okay, das ging ja noch. Das war ja kein so wilder Kampf. Jetzt kommt aber, glaube ich, irgendwas, wo wir aufpassen müssen. Äh. Da sehe ich schon was. Habe ich hier was im Rücken? Ja, ich habe hier noch so einen Dreckhaufen. Mit einer 79er Muschel. Hey, das war wieder was für unseren alten Mann. Der freut sich darüber. Und, äh, ja, da ist der Kampf. Der 18er Kampf, den haben wir schon in Kapitel 3 ausgefochten gegen drei Sub-Goblins. Das hier ist allerdings kein Kampf gegen Publige Goblins, sondern... ...ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, wir kriegen den ersten Angriff. Wenn nicht, dann sehe ich, ehrlich gesagt, ...ein bisschen schwarz. Meine Dalletail-Milch kann hier... ...Pathos hier gerne trinken. Ich glaube, jetzt ist auch bitter nötig. Dann ist eine Verteidigung wenigstens auf 50. Äh. Ja, Schutz. Hau auch noch drauf. Und, äh, ansonsten... ...kannst du auch noch Stärke-Trank zu dir nehmen. Jetzt habe ich ihm alles abgegeben, was ich geben konnte. Und er hat Stärke 10. Was für ein Muskelpaket. Ihr Angriff war nicht erwartet worden. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das kann jetzt hier den Unterschied über Sieg oder Niederlage ausmachen. Der Grund liegt natürlich hier drin, äh, darin begründet, dass, ähm... ...wir drei gegnerische Zauberei haben. Und ich meine Klingen, glaube ich, nicht verzaubert habe. Oder? Habe ich das gemacht? Ah, ich hoffe, James stellt sich nicht doof hin. Okay, er hat sich doof hingestellt. Und jetzt ist er auch noch verzaubert. Okay. Lockleer, du bist dran. Okay, der Zauber... Die Hexe ist wenigstens... ...ist zwar nicht weg, aber... ...wir können was anderes versuchen mit Patrus. Tatsächlich ist es eine... ...dumme Idee, eigentlich. Vielleicht nicht ganz so dumm. Weil Fesseln aus Frost haben das Problem, dass sie zielsuchend sind. Oder auch nicht zielsuchend. Und dann kann er daneben schießen. Das will ich ja ungern. Ich werde ja stattdessen Einladung auf ihn sprechen. Und zwar mit der vollen Power. Ich hoffe, der kommt dann ganz zu Patrus. Und kann da nichts zaubern, weil er direkt neben ihm steht. Gut, dass der Kerl jetzt hier die Hexe erledigt hat. Dann muss Lockleer das nicht. Dadurch ist er frei, um den Zaubereier fertig zu machen. Und ihn auch mit einem Schlag zu erledigen. Das ist ja nicht mal Teamwork. Vielen Dank, du Typ da hinten. Das war genau das, was ich sehen wollte. Und das einfach nur mit dem einfachen Einladungsspruch. Der hat dann glatt einen der gefälligsten Gegner hier deaktiviert. Und, ähm... Ja, dann... ...warten wir mal, bis James wieder auftaut. Dann sehen wir, wie lange es dauert. Ich glaube ja fast, dass, ähm... ...Autsch. Dass, ähm... ...der Zauberer wirklich ein bisschen mehr Ausdauer hatte. Aber da er James quasi voll vereist hat für eine lange Zeit... ...ähm... ...war er entsprechend schnell dann auch gestorben mit einem Treffer von nur 45 Schaden. Das ist eigentlich zu wenig. Um ihn platt zu machen. Normalerweise haben die ja mindestens 60 Lebenspunkte oder sowas. Und Patrus ist vergiftet. Das heißt, er kann wieder eine Pille einwerfen. So, dann ist er wieder fit. Dann muss ich das nicht nach dem Kampf machen. So, und während James langsam enteist... ...wird Patrus... Äh, nee, hier... ...Lockley noch ein bisschen seine Schwertkunst trainieren. Ist aber nicht aufgestiegen. ...und auch sonst keiner. Tja, ein harter Kampf, aber... ...hat uns nichts weitergebracht. Interessant. Mittlere Armbrust haben sie dabei. Und vergiftete Bolzen natürlich. Immer vergiftete Bolzen. Oh, Bettstein. Und bitte Vereisung. Nochmal Vereisung. Bettstein. Reparieren. Die Rüstung von Lockley. So, jetzt ein Cerani-Ambust. Und nochmal hier... ...Della-Tail-Milch. Könnte vielleicht sogar Patrus gerettet haben diesmal. Durch reinen Zufall. Der Zauber hatte wirklich nicht besonders viel dabei, bis auf ein etwas... ...verbesserte... ...ein verbessertes zweihändiges Breitschwert. Das ist nicht gerade die beste Ausrüstung hier. Sehe ich da einen Gegner? Oder was ist das? Ist da so aus? Hier liegt eine Leiche mit Coltari-Gift. 17 Coltari-Gift. Also wer... ...das nicht in Nordwacht... ...kaufen konnte, der kann sich hier dann besorgen. Oh, eine vereiste... ...Klinge. Hex hat auch nochmal 33 Dukaten. Und ihre Freundin... ...hatte Luchs-Augentee... ...für Armbrust. Und sieben... ...Rationen voll mit Hexenpilzen vielleicht. Für neucht. Und ein Wettstein. Interessant ist, dass sie immer nur so... ...eine Ladung Schmiedelhammer dabei haben... ...oder eine Ladung Wettstein. Irgendwie so verdammt wenig. Sonst wollen sie es einmal benutzen... ...und dann gleich wegschmeißen. Und nicht länger mit sich rumschleppen. Aber das wird ja automatisch weggeschmissen... ...wenn das Ding nicht mehr zu benutzen ist. Ich glaube, das sagt auch mehr was... ...über die Qualitätsstufe des Wettsteins... ...oder des Schmiedelhammers aus... ...als über die tatsächliche Anzahl, die da drin ist. Na gut. Ja, ich denke, dann haben wir alles Wichtige... ...her aus denen rausgeholt. Aber das war ein etwas... ...hätte auch ganz schnell... ...ganz schief gehen können. Kampf. Immerhin waren das ja hier... Wie waren das hier? Sechs, sieben Stück. Und in einer wunderbaren... ...Pfeilformation angeordnet. Aber ich glaube, jetzt können wir tatsächlich... ...nach Denkamp durch... ...Beröhrchen. Und zum... Nein, da ist noch ein Kampf. Okay. Ich werde uns... ...entsprechend mit Fackeln... ...den Weg erleuchten. Aber erstmal klopfen wir noch in den Häusern. Aber ich glaube, da ist nichts Neues. Wir waren schon mal einmal hier, sagt er. Was ist mit diesem Haus? Ah, das ist das... ...der Gasthof. Denk mal auf den 10. Wir können tatsächlich rein. Aber erstmal... Nein, wir wollen hier nicht schlafen. Während draußen die Bösewichter... ...kampieren. Wir spielen... Oh, du mein Königreich. Es macht nämlich jetzt nicht Owen. Und mein Königreich bezahlen wir meinem Blut. Das ging deine Feinde. Du geschützt. Tja. Er ergriff in seine Börse und entnahm mir 66 Dukaten, die er James in die Hand legte. Wieso James? James ist doch nicht der Beste hier. Der Mann lud sie zu einem Gespräch ein. Er war ein ruhiger, freundlicher Kerl, dem drei Finger seiner linken Hand fehlten. Er lächelte, als James und Lockley ihm einige der Geschichten aus ihrer Kindheit in Kronter erzählten. Ja, James und Lockley zusammen. Als sie schließlich eine Geschichte über den Baden-Lorry begangen, der zum Herzog von Salador geworden war, nickte der Mann, unterbrach sie aber, als sie behaupteten, er sei der beste Barde gewesen, der jemals gelebt habe. Ich nehme an, dass euer Herzog sehr talentiert war, sagte der Mann, aber vor kurzer Zeit spielte ich einen Gaukler, den ich noch niemals zuvor gehört hatte. Sogleich tauschten Lockley und James einen wissenden Blick aus und sahen den Mann wieder an. Wie sah dieser Barde aus? fragte James. Jung, hübsch, ziemlich lang, wenn ich mich recht erinnere, sagte der Mann. Habt ihr ihn schon einmal gesehen? James nickte. Wenn es der ist, an den ich denke, dann ja. Wisst ihr vielleicht, was aus ihm geworden ist? Nicht mit Sicherheit, aber er fragte nach einem Ort, an dem er die Nacht verbringen könne. Einer der anderen Gäste hier sagte ihm, dass ein Gutsbesitzer in der Nähe manchmal seine Scheune für Reisende offen lässt. Dorthin ist er vielleicht gegangen. James machte sich im Geist Notizen von dem, was der Mann gesagt hatte, und erhob sich vom Tisch. Der Mann griff nach seinem Ärmel. Noch etwas. Der Mann sagte, dass das Scheunentor klemme und dass er vielleicht nicht in der Lage wäre, es zu öffnen. Man muss ziemlich stark sein, Stärke 30 muss man haben, um dir es öffnen zu können. Ich werde daran denken, sagte James. Ich wünsche euch einen guten Tag. Tja, schade, dass wir Goddard mit unserem Muskelpaket schlicht hin nicht dabei haben. Der musste ja schon mal mit Stärke 30 das Tor für eine der Halbtorschwestern eröffnen, damit wir die Dalla-Quest überhaupt anfangen konnten. Mehr oder weniger. Und ja, aber wir haben ja zum Glück, ich glaube, Locklear dabei, der ist auch stark. Und ansonsten haben wir noch Fadermaus-Trank. James erinnerte sich an den Mann. Er lächelte sie warm an und fragte, wie ihre Suche nach dem verlorenen Baden verlaufen war. Habt ihr ihn schon gefunden? Nein, antwortete James seufzend. Ich hoffte, ihr könntet uns vielleicht etwas mehr über den Fall verraten. Der Mann zuckte die Schultern. Ich bin nicht sicher, ob ich euch zu helfen weiß. Ich weiß nur, dass er zur alten Scheune mit der klemmenden Tür unterwegs war. Das passiert hier häufig in diesem Klima. Äh, wie meint ihr das? fragte James. Das ist der Regen, sagte der Mann und deutete auf das Dach. Verbiegt die Türen und lässt die Angeln verrosten. Die Hälfte der Bauern in dieser Gegend muss einen Vorrat von Fadermaus-Formel bereit haben, nur um am Morgen zu ihren Kühen gelangen zu können. Gut, dass der mürrische Magier in der Nähe ist, in seinem Laden, damit er das denen verkaufen kann. Aber die brauchen Stärke-Getränke, um überhaupt aus der Tür rauszukommen. Das ist auch interessant. Tch, das wusste ich nicht, erwiderte James. Nun gut, ich werde euch eurem Getränk überlassen. Wir müssen weitersuchen. Ich wünsche euch einen guten Tag, sagte der Mann mit einem Nicken. Ich hoffe, ihr findet ihn. Aber es war ein netter Mann. Sonst noch was? Was gewollt ihr von mir, Mann, ist das? Und das hier ist, was wollt ihr von mir, Mann, wieder? Und, ähm, das ist der cashianische Messermann. Die Schankmaet verkauft weiterhin quergianischen Brandwein und Bier und Rationen. Und Patros sagt schon, ich möchte gerne ein Bier, aber wir sagen, nein. Nicht jetzt, alter Mann. Wir haben noch einen Kampf auszufechten, denn wir müssen zum mürrischen Magier. Aber ja, ich sag mal so, wenn ich vorher Temne jetzt gefunden hätte, hätte ich diesen ganzen Dialog hier im Gasthof wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Tja, vielleicht ist es doch manchmal besser, erstmal den klassischen Weg zu gehen, bevor man gleich zu den Lösungen hinstürmt. Dann hätte ich diesen netten Mann jetzt gar nicht kennengelernt. Der Feind war nicht überrascht. Ja, okay. Wir haben uns ja auch ein bisschen nicht wirklich angeschlichen. Und es sind auch keine Zauberer dabei. Das heißt, ich kann damit leben. Ein Hoch auf die Vereisung. So, was macht Patros? Patros geht woanders hin? So, der Ogre ist weg. Der Ogre steht noch. Der Ogre will flüchten. Patros kann sich erholen. Da legt James den Ogre. Lockleer den Mordelkrieger nicht ganz. Vielleicht muss Patros doch auch helfen. Na gut, ich lass ihn mal lieber regenerieren. So, das sollten sie jetzt aber gewesen sein. Und dann kommen wir hoffentlich zum mürrischen Magier. Das ist so aufregend für mich jetzt. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. Ansonsten ist es nämlich alles für ein Popo gewesen. Mein ganzer Masterplan hier. Und dann kann Patros wirklich nicht diesen Zauberspruch lernen. Das will ich ja, weil das ein sehr guter Zauberspruch ist. Ja, obwohl nicht vorgesehen war. Und ich glaube, das ist die Scheune dann, der Temne haust. Aber Temne will ich jetzt auch mal nicht raushaben. Ich will mich erst noch ein bisschen weiter umsehen hier. Na, ich wollte nicht ins Gasthof. Äh, Gasthof. Ins Gasthof. In den Gasthof. Ah, ist noch ein Rapier. Also nochmal Rationen. Äh, jetzt haben wir wirklich genug. Und der Letzte hat auch noch eine vergiftete Klinge dabei. Ich schätze mal, da habe ich jetzt nichts verpasst. Nö, überhaupt nicht. Okay. Im Süden sind noch mehr Kämpfe, aber da will ich jetzt erstmal nicht hin. Ich will erstmal weiterkommen. Hier ist der Gasthof. Ah, hier hat seit längerer Zeit niemand mehr gelebt. Okay. So. In dem Laden war geschlossen... Ist der natürlich geschlossene Laden. Und das ist das Gasthof. Das Gasthof. Der Gasthof. Der Gasthof. Das Gasthof. Das Gasthaus. Ich schwanke immer zwischen Gasthof und Gasthaus. Und dann sage ich genau das Falsche. Und das ist auf jeden Fall leer. Und hier ist das Haus, wo wir Mindmeld bekommen haben beim letzten Mal. Aber das hat Oni ja schon abgegriffen. Ähm. Ja. Und sie schlafen wohl. Deshalb warten wir sowieso bis morgen. Und wir waren schon mal hier. Okay. Da können wir also nichts Neues machen. In diesem Haus können wir auch nichts machen. Aber der mürrische Magier sollte da sein. Und jetzt wird's spannend. Mürrischer Magier. Wie steht es um dich? Hast du die Haut des Drachen? Jawohl. Locken wir bitte falsch darum. Aber wir können nicht falsch. Okay. Darum wird nicht falsch. Aber das ist auch egal. Weil ich wollte das Ding sowieso haben. Verkaufen wir mit anderen Krempel hier. Was weiß ich. Die Muschel. So. Alles mögliche andere wird er kennenlernen. Und diesen Spruch. Der wirklich, wirklich gut ist. Und sehr praktisch. Dem muss man ihm auf andere Wahl diese zuschustern. Entweder zu cheaten durch irgendeinen Hex-Editor. Oder man macht das so wie ich. Und packt hier quasi im mürrischen Magier einfach so eine Schriftrolle. Und dass er sie im fünften Kapitel dann ja auch kaufen kann. Aber das muss man natürlich auch dann machen. Und dann beherrscht auch unser Patros mit seiner geringen Ausdauer einen Zauberspruch, der auch wenig Ausdauer nur verschlingt. Und eben entsprechend viel bewirkt. Das ist nämlich die Haut des Drachen. Und er hat eine Stärke von 10. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das ist so gering, dass ich fast glaube, dass es hier nicht wahr sein kann. Stärke 10 doch tatsächlich. Oh mein Gott. Selbst Owen hatte eine Stärke von 12. Und er ist schon bei 19 inzwischen. Aber gut, er hat auch schon öfters im Nahkampf gekämpft. Trotzdem. Miserabel. So, Potionoxum kann nicht gebraucht werden. Wir könnten ihm jetzt Owens alten Holzstab hier schenken. Ah, da er sowieso nicht im Nahkampf ist. Ah. Naja. Aber sowas mache ich dann doch nicht. Ah, das kann er alles nicht gebrauchen. Äh, wie wäre es mit... Nee, der Lettelmilch kann wir noch behalten. Father Moistrank. Haben wir denn genug Stärke jetzt? 31. Okay, Locknir ist der Retter in der Not. Das heißt, das brauchen wir gar nicht mehr. Ähm, Luchsaugen. Tee kann nicht gebraucht werden. Was ist hiermit? 35 Ducaten. Ah, kann auch nicht gebraucht werden. Sonst noch irgendwas? Bisschen Proviant? Nö. Okay, dann nicht. Wir vereisen nochmal die Klinge. Und diese natürlich auch. Ups, doppelt vereist. Herrliche Hand, um was zu stehlen. Aber Pathos hat den Spruch gar nicht. Amulett der Ewigkeit, um einen Zauber zu verstärken. Um 50% für eine Sache. Könnte für ihn vielleicht nochmal nützlich sein, tatsächlich. Iliams Herz ist dafür da, um einen Flussgeist zu beschwören. Um eine Rusalki zu beschwören. Jagdhorn des Algon-Kukun ist auch genauso. Wird aber dann keine Rusalki beschwören, sondern so Hunde. Die wir schon ein paar Mal getroffen haben, tatsächlich. Jagdhorn des Algon-Kukun. Ich hätte gerne Pulverbeutel. Aber es gibt nur Kräuterbeutel. Zauberbolzen gibt es wieder. Okay, das ist auch schön. Die werde ich auf jeden Fall eintauschen gegen meine normalen Elbenbolzen. Kostet mich zwar ordentlich Geld, aber die sind es wert. Gibt es hier nochmal 5. 10, so, jetzt haben wir 15, 15. Das reicht auf jeden Fall aus. Sarex-Bain gibt es hier noch. Gegengift. Acht Stück, 250 Kord. Dafür wird gefalscht. Und es ist nicht verfügbar. Ich muss dem mürrischen Magier das Ganze nochmal unterbreiten. Mit etwas mehr Schmeichelei in der Stimme vielleicht. Nein, schon wieder nicht. Jetzt vielleicht. Ja, 245, du Kord. Na gut. Ich nehme das mal so an. Okay. Sonst noch was? Willst du die Spinne haben? Nein. Das Fernrohr? Nein. Der mürrische Magier will nichts haben von dem Kram hier. Da muss er wahrscheinlich so mürsch. Er will nichts haben. Sonst noch was hier. Oh, Dönenswahn. Ja, Dönenswahn. Dönenswahn. Der wird auf jeden Fall gelernt. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Spruch. Den ich nicht meinen möchte. Aber der ist halt auch einer, der... Den man hier so kaufen kann. Und zwar unendlich oft. Aber wir brauchen ja bloß einmal jedes Mal. Und hier giftig schwarze Würger. Ich glaube nicht, dass wir noch auf schwarze Würger treffen. Aber hey. Und die Finger der Nacht können wir ja auch kaufen. Okay. Und wir haben das Geld übrig. Also werde ich das einfach mal Pathos beibringen. So, und Haut des Drachen. Aber das ist das Wichtigste. Dönenswahn. Blitzstab haben wir schon. Eliams Herz. Jagdhundes, Algum, Kokon oder Amulett der Ewigkeit. Ich bin versucht, eins davon mitzunehmen. Vielleicht mal Eliams Herz. Und Jagdhundes, Algum, Kokon. Aber ich werde auch drum feilschen. Okay, beides nicht verfügbar. Der mürrische Magier murrt wiederum. Murrt wiederum. Ich befürchte fast. Die gehören zu den Gegenständen, die sich nicht verfalschen lassen. Da ist er wirklich zäh, wa? Da ist er so zäh wie die drei Hinterwäldlein-Tür-Sock. Die sind genauso hart im Verhandeln. Ich glaube, das ist genauso wie bei den Spruchrollen. Die kann man... Oh, doch, geht. Ah, interessant. Ja, 25 Dukaten haben wir dadurch gespart. Und wieder 25 Dukaten gespart. Ja. Okay. Ich gebe sie dann mal Patrus. Nicht, dass irgendeiner noch meckert. Und das... Vielleicht können die das ja auch nicht einsetzen. Aber gut, dann lasse ich es erstmal bei... ...James und bei Locklear. Wenn die das einsetzen können, dann gehört es nicht zu den Gegenständen, so wie der Ring des Brando, der nur von Magiern eingesetzt werden kann. Tja. Weil dann schmieren wir noch unser Zeug irgendwo drauf. Wir haben das ja übrig. Wer weiß, wofür es gut ist. Eines Tages. Eines fernen Tages. Sonst sind wir eigentlich soweit durch hier, nicht wahr? Ich würde sagen, ja. Aber das hat sich gelohnt. Der mürrische Magier. Vielen Dank. Seine falschen Fertigkeit hat sich auch noch verbessert. Auf sagenumwobene 40%. Wobei Locklear natürlich besser ist. Aber Patrus hat sich auf seine alten Tage wahrscheinlich noch was von ihm abgeguckt. Wahrscheinlich den Schnurrbartzwirbler, den Patrus auch machen könnte, wenn ich das richtig sehe. Aber sein Schnurrbart ist ein bisschen grau und dünn geworden. Aber mit dem Ziegenbart ging das wahrscheinlich auch. Das ist die Alternative. So. Und hier hat seit längerer Zeit keiner mehr gelebt. Dann können wir jetzt eigentlich dann hier Temmi aussuchen. Wir könnten auch den Rest von diesem Gebiet hier erkunden jetzt schon mal. Ich würde sagen, das machen wir auch. Ja. Temmi muss dann eben warten. Wir machen noch ein paar Kämpfe. Ich fühle mich gerade in der Lage dazu. Hier ist noch eine olle Schaufel.